Bevor ich mit dem Thema dieses Videos beginne, möchte ich euch allen darauf hinweisen, meine Webseite www.zensternastrologie.com zu besuchen. Dort könnt ihr alle Informationen über mich erfahren, unter anderem auch die verschiedenen Dienstleistungen bzw. Beratungsarten ansehen, die ich anbiete. Zum Beispiel das Große Rat. Das Große Rat beinhaltet alle Lebensthemen, die wir während der Beratung behandelt werden. Oder ihr könnt die einzelnen Lebensthemen auswählen, die ihr behandelt möchtet. Zum Beispiel Beziehung, Selbsterkenntnis, Beruf, Liebe, Finanzen, Gesundheit usw. Ihr könnt auch Mitglied unserer Webseite werden. Hier oben rechts könnt ihr eine Mitgliedschaft abschliessen und somit alle Neuigkeiten rund um das Thema Astrologie erfahren. Ihr könnt somit auch Zugang zu unserem Blog haben. Dort veröffentliche ich gelegentlich einige Beiträge um das Thema Astrologie. Hi, liebe Astro-Rebellin. Hallo, lieber Astro-Rebell. Herzlich Willkommen zurück zu deinem Astrologie-Kanal auf YouTube. Mein Name kennst du schon. Ich bin Enmanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebenspirater. Und bevor ich mit der monatlichen Prognose beginne, möchte ich dich darauf hinweisen, falls du es noch nicht getan hast, unseren Kanal jetzt zu abonnieren, so dass du in der Zukunft keine Videos verpassen kannst. Lieber Zwillinge, die Sonne steht in Fische. Durch eine tiefgründige Betrachtung von Einzelheiten wirst du im März 2020 eine Situation besser einordnen und einschätzen können. Damit wirst du deine idealistischen Bestrebungen umsetzen und dich von emotionalen Spannungen und Ängsten endlich befreien können. Während der ersten Monatswoche machen Venus und Saturn einen Quadrat zueinander. Für dich heißt es, wenn du den Wunsch hast, dich um einen Menschen zu kümmern oder ihm zu helfen, dann werden irgendwelche Schwierigkeiten diesbezüglich eintreten. Oder du würdest dafür keine Dankbarkeit von ihm bekommen. Falls zutreffend, wirst du die Herausforderung haben, dich in deinem Arbeitsumfeld als leistungsfähig und kompetent zu erweisen. Zwischen 5. und 8. tritt Venus in Stier ein und sie macht eine Konjunktion mit Uranus. Wenn du einen Jobwechsel hinlegen möchtest, dann wird es dir schwer sein und diese Tendenz streckt sich bis Ende März. Also es dürfte nur knapp möglich sein oder es wird eine Verzögerung dabei geben. Deine scheinbare unbegrenzte Belastbarkeit dürfte im Laufe des Monats erschöpft sein. Du hast den Wunsch mit einer Routine abzubrechen, damit du dein Leben zum Besseren verändern kannst. Und es stellt sich die Frage, ob du das möchtest oder ob das überhaupt möglich ist. Und dann am 9. haben wir den Vollmond des Monats im Sternzeichen Jungfrau. Dieser Mond könnte das Ende eines eigenständigen und mühsamen Unterfangens zeigen. In der Liebe, meine lieben Zwillinge, wirst du einiges verändern können. Vergebene werden sich mehr Spaß in der Beziehung wünschen, während Singles eine Person unerwartet treffen werden, die ihre Welt auf den Kopf stellen könnte. Am 11. März geht dein Zeichenherrscher Merkur wieder direkt in Wassermann. Eine Neuigkeit wird in deinem Leben eintreten, was den Weg frei für etwas ganz Neues machen wird. Durch Sprache und Kommunikation wirst du dich bemühen, die Interesse von anderen Menschen zu wecken. Dies gilt besonders, wenn du dich für einen Job bewirbst oder wenn du einen Vortrag halten musst. Zwischen 20. und 23. bilden Mars und Jupiter zusammen mit Pluto eine Konjunktion. Eine Situation, die stehen geblieben ist, bedarf einer endgültigen Entscheidung und die entsprechende Handlung. Möglicherweise musst du für eine Sache kämpfen, die du als gerecht empfindest. Am 24. haben wir den Neumond in Widar. Mit diesem Mond wirst du erkennen, dass eine Änderung, die du als zügig oder einfach empfunden hast, mehr Zeit bedarf als gedacht. Und dann am 31. machen Mars und Saturn eine Konjunktion in Wassermann. Viele Zwillinge werden sich ernsthaft und tiefgründig mit einem Thema auseinandersetzen und damit wirst du deine reifen Anschauungen in die Praxis umsetzen, falls es bei dir der Fall ist. Es wird auch wichtig sein, dich gründlich und gewissenhaft auf eine ernsthafte Angelegenheit zu vorbereiten. Dies wird am Ende März geschehen. Meine lieben Zwillinge, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Meine Webseite lautet www.zensternastrologie.com Dort kannst du gegebenenfalls eine Beratung buchen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Viel Glück und bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017